Hallo, mein Name ist Dandy und alle nennen mich Dörte. Hallo, ich bin der Kaffee. Hi, ich bin der Dagonet85 und werde hier aber nur DJ genannt. Du stirbst. Bin letztendlich und dabei bleibst. Okay, ab geht die Post. Ich sagte mir, du musst hier endlich raus. Kauf dir ein Ticket und leck lieber aus. Ich wette, du hast nie geglaubt, ich fahr. Jetzt leb ich schon ein Jahr auf Ibiza. Inzwischen hab ich sogar Spanisch drauf. Bin nur am Strand mit Sonnengrauderhaut. Du glaubst es nicht, ich trage einen Ring im Ohr. Und komm mir richtig super vor. Ich bin gut drauf und ich schnack gern lang. Frühstück fängt bei mir erst mittags an. Die Sonne streichelt mich das ganze Jahr. Wer braucht dich, ich hab Ibiza. Ich bin gut drauf und trinck rote... So. Wo müssen wir denn lang hier? Ja, folgt der gelben Markierung. Warum gelb? Wir wollten doch auf grün. Nee, wir gehen dahin, wo die Kaffeemaschine hin will. Kaffeemaschine? Achso. Äh, Küche. Ja, wieso nehmen wir oben die Hälfte? Warum willst du nach Kelm? Wir müssen nach Grün, Alter. Ja, Mann. Nach Grün, Alter. Insofern immerhin nicht so. Wieso? Wir gehen nach Katka. Da gibt's auch nicht Loot, eventuell. Katka? Wir brauchen oben die Häuser. Ich geh grün. Ja. Außerdem ist das das Lieblingslied meiner Tochter. Grün, grün, grün sind alle meine Farben. Jutta, ich seh'n Zaun. Ich seh'n Baum. Ich seh'n Zaun. Haben hier Fliegenschüsse vorbei, Leute? Ich wiederhole. An DJ fliegen Schüsse vorbei. Links oder rechts? Hinter mir. Ach, dann geht's. Ja, tsch, tsch, tsch. Es sind immerhin Spackos, die versuchen, mich abzuknallen. Also, will DJ fliegen. Halt mich auf, Mensch. Du bist doch immer der Erste, der stirbt bei der Kaffeemaschine. Ja, klar. Das ist ein Grunentotter. Also, bei mir läuft's. Ja, bei mir auch. Ja, bei mir auch. Ich glaub, zehn Bilder. Ich hab ne Waffe. Ich hab'n Helm. DJ auf oder du? Alter, ich hab'n Rucksack. Alter, Junge. Ich hab'n Rucksack. Boah, ich bin so aufgeregt wieder. Das glaub' ich hier. Ah, Elfertentöter. Nein. Doch. Echt? Ah, ich hab' so'ne schwulenjacke so mit so'n Bommel obendrauf. Da. DJ! Leckung, Leckung! Ich hab' DJ erschreckt, nicht wahr's. DJ erschreckt, dass die nicht erschrecken. Ach Mann. Was haben wir denn hier? Der Pech hast du nicht hier ins Bein. Der triff's doch eh nicht. diese runde nicht töten die runde sei zu überleben oder doch gesagt oder nicht ja aber gewürfelt ich lese gerade das drehbuch vor der dritten aufnahme der nachbrenner wird dj dream auch darwinkel 85 genannt durch ein schuss von ralle getötet alter und hier also vom kaffee aber der rennt vor mir weg da der rennt weg ja das stimmt aber steht hier auch im rennen also okay triffst du noch nicht mal deine oma sagt er in dem zustand den du jetzt gerade bist aber auch die anderen häuser noch bevor ich das auto nehme ich habe hanschuhe jünger weil er etwas ist ein bug ich denke in der treppe fest super jetzt gar ich stehe ja auch ist so ich stehe ich nein ich bin zu nah an das ding angepackt und jetzt steckt er fest ich komme jetzt mal ehrlich ohne scheiß wiederholen nochmal steckt er fest ja ich kann hier nicht weg schießen dass er dann kriechen kann sehr witzig schubst mich mal weg schubst mich mal weg wie soll ich ihn wegschubsen oder ich erschieße ja du kannst doch mit deinen fäusten hauen oder sowas mein gott jetzt erschieße ihn doch endlich ja aber ich darf ich ja jetzt mach halt mein gott ne ich kann nicht weg ist sie ist es konnte ich kann nicht wirklich ist die dicke das war das war das war alle Rale Gipfel geht so türkisch zu türkisch die türkischen Krieg die ich die ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin ich alles nicht heute wirklich ja ich kann das ist verdammter scheiß Back weil die folge wir haben gestern drüber geredet er soll die scheiß pizza weglassen sehr witzig er ist einfach zu dick das ist jetzt wieder das ist er eine Zentimeter der jetzt fehlt um das ist ja war die ich schon wieder ich hab's ja auch gerade es bringt auch nichts ich weiße aber was das ist ein bug der auto kommt lauf mal Richtung hier ist die fette so auch schon die ganze zeit das geht nicht wo ist die fette sau dass sie ihn weg schiebt ach jetzt äh alter was das ist eine scheiß Treppe da man 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 ich kann ich nicht zu Anfänger hier leck mich am Arsch das nenne ich mal einen geilen Bug ey hab ich nen Helm auf? hast du nen Helm mit im Rucksack? ne ne ich hab auch ne Mütze auf oh guck mal jetzt hängt meiner jetzt hab ich nen Bug guck mal ha 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 das ist ja niemand da muss man seinen eigenen Chefin zu wem mach ich diesmal will jemand mit? ich fahr zu den anderen Häusern gegenüber ne das ist nirg zu schwer ach meine Tassen ich scheiße ohhhh na deswegen alles klar ich fahr mal rüber wir brauchen mehr Musik Musik? ja klar machen wir ein bisschen Bob Marley ankommen Bob Marley? ja ne hab ich nicht aber auch andere Sachen in die Cloud alles war noch mehr in der Aka äh nicht mehr hm hm ich hab ne Helm DJ? ah kein oh ja 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 Moment ich komm ich komm wer macht Türen nicht normal auf? Töte bei dir schießt es da in der Ecke ich hab die Tür erschossen wo liegt die hier mit Ausrecht oh cool let it be äh äh ich hab irgendwo ne Weste scheiße ich hab so was? an der Weste ne 1er Weste? ja ungehört äh hier glaub ich irgendwie nochmal ist er da drin? oh Gott Gott ist das langweilig hier ist ja überhaupt kein Loot doch ich hab voll fett Loot abgegriffen oh es ist gar meins 2er Rucksack ist hier bei mir oh cool oh cool nicht von der Weste irgendwas 2er Rucksack kann ich dann gebrauchen ich komm gleich auf orange ne Marka 5er Bumpel 5er Bumpel joo 20 Weste 2er Weste oh da ok seh ich das ist ganz weit entlaufen ja fast seh ich DJ hier oben rechts ja steppe rauf und rechts jetzt bin ich unbesiegt steck steck markus steck alter markus er leckt's voll das leckt das leckt der leckt denn an wen wieder er leckt die Heizung hört auf euch zu lecken verdammte scheiße wir drehen ein Youtube Video ach du scheiße ich hab euch das schonmal gesagt wird das hier echt aufgezeichnet? ja links von uns ein Auto ja das bin ich warte ich rufe zweimal wann bin ich jetzt? alter auto alter alter das war krass das war richtig krass das war richtig krass ja ich dachte du wärst ein Gegner ja dann kann ich mitfahren ja klar du bist am Platz frei ja du und alleine das? ja tschüss ich will weg komm ich fahr noch mal Zäune oben DJ erschreckt DJ da fährt einer mit dem Auto gegen Zäune Alter siehst du ihn? da hinten sind noch wir fahren mal eben zu den anderen Häusern welchen? ich brauch noch ein 8-fach ja aber da könnte doch ein Gegner drin sein nee in dem Spiel da ist ein Albert die Bremse die Bremse die Bremse lecker mir da ist die Tür offen hier jawoll und ab durchs Fenster oh hier ist ein Visier hier ist ein Griff wo bist du denn? wie komm ich denn da hoch? so hier wo denn? wo ist der? wo ist der Griff? der ist schon angebaut Arschloch ja mann ich geb mich nicht ab hier ist alles leer ha ich hab erweitert du nicht oh wer hat denn hier durchgekehrt so macht ich wir müssen zurück jünger ja ich brauch noch ein bisschen mumpeln wir müssen die anderen safen ja brauch noch mumpeln da ist einer vorbeigefahren in Richtung Ginny Richtung Ginny also Sinny wo ist das Muppet los? wir müssen nach Sinny sonst stirbt er mich nicht auf ich komm ich komm der Junge ist aufgeschmissen der loutet so langsam wie meine Oma ha ha rakos woooah boah ha alter war das knapp jüngel ha 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 wie geil hattest du mich vorher kommen sehen oder kein sicher ha 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 das war echt knapp Scheiße! Braucht jemand von euch Rottpunkt? Alter! Ich hab schon mal das Motorrad erschlagen! Pass bloß auf, du! Gott bist du fällig! Ey, hör mal! Du nimmst dich nur selber auf, das weißt du schon, ne? Du musst ja auch uns filmen, ne? Da schießt einer! Nein! Alter, der kommt mit dem Moment in die... Ich muss auf den Tisch steigen, sonst... Sonst, wir fahren die mich noch! Gott, wird das ne Scheißrunde! Ah! Die sind nicht ordentlich! Ich hab'n Helmhaut, das geht! Du kannst das Auto da beiseite tun! Ey, nicht schießen! Da hat jemand geschossen! Ja, das war ich! Jetzt hat er Platten, Alter! Oh, Achtung, er fährt raus, er fährt raus! Was der fuck? Nein! Okay! Okay! Jetzt fahren wir nur mit einem Reifen, das ist nicht scheiße! Das erinnert mich irgendwie... Scheiße, Jungs! Also, ich geh' jetzt mal geradeaus kurz da hinten hin, da könnte noch was sein! Kann man ohne Reifen fahren? Wir fahren jetzt ohne Reifen, Alter! Wir fahren jetzt ohne Reifen, Alter! Das geht ab! Also, jetzt hier Gas! Und Gas! Und! Na! Und! Okay, ich kann doch nicht mehr da hin! Na ja, gut! Alter, wir haben 8 KM drauf! So, warte mal ab! Ich kann da noch mehr rausholen! Übrigens, Gatka ist Safe Zone! Oh, Gini, du quälst das Teil hier! Junge, Junge! Das war's! Ah, passt schon! Hey, wir sind schneller als die anderen! Komm schon! Komm schon! Oh, oh, oh! Warte mal! Pass auf! Wo der Schluck droppt! Hey, immerhin, wir fahren 30! Und die Jungs, die machen gerade mal 10! Also, Gatka ist jetzt schon Safe Zone! Da könnten wir hin! Oh, da ist vorhin einer hingefahren! Also... Ist ja gar nicht laut! Alter! Guck mal, ey! Wir fahren locker 20 KM! Und das ist ein Reifen! Ganz, ganz locker! Ja, ganz locker! Ganz locker! Aber es ist unfair! Die haben noch einen Reifen! Den anderen müssen wir noch mal herunmachen! So! Jetzt ist das Moped kaputt! Nee! Das Moped ist nicht kaputt! Bin ich? Lass mir Muni liegen! Guck mal, ich kann rasen, ey! Ja! 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 Ich hab mir aufgefallen, dass da MK draufsteht wie Märkisch Kongo! Ja! Märkischer Kongo! Hab ich schon gelesen! Und was heißt das P... Moment, Moment! Da ist PL dran, Leute! Da ist PL dran! Guck mal an! Relativ... Na ja! Guck doch mal genauer! Da ist auf der blauen Ecke da steht PL! Das ist ein polnisches Mobbel da! Ja! Dann werden gar keine Reifen dort! Haha! Pssst! Solchen Witz darfst du hier nicht machen! Das ist sehr rassistisch! Das war jetzt politisch! Wir nehmen das zurück! Es tut uns leid! Ja! Sorry! Wir haben alle... Immigrationshintergrund! Wat? Außer Ralle! Ne, Ralle kommt aus Sachsen! Haha! Ja! Ralle? Was auch? Hintergrund! Oh nö! Moment mal! Ralle ist... Ich hab eine Frage! Ja! Nein! Wenn er telefoniert, ja? Ja! Ist das dann... Also das Telefongespräch... Ist das dann ein Saxophon? Das kann ich dir jetzt aber auch so schnell nicht beantworten! Da kommt irgendwas! Also entweder kommt da ein Auto... Ne! Ist nicht unsere! Pferd quer zu uns! Will das Auto aber haben! Ich auch! Aber ich treffs nicht! Ich guck ja nicht mal hin! Entschuldigung! Genie könnte an den dran! Genie könnte ihn rammen! Und dann explodieren! Die lassen sich nicht ködern! Oh nö! Mist! Ach guck mal! Der hat ein... ...Hast er gefunden, das nicht total im Arsch ist! Ja! Not für uns! Sag's doch nicht so laut! Oh der hat... So! Komm schnell! Verpiss dich! Komm los! Los! Ah verdammt! Schmackes! Nicht genug Schmackes! What the fuck! Wer schießt auf uns! Alter! Au! Der hat auf mich geschossen! Wer von euch... Ja ich hab keine Muni mehr! Ja du hast voll vorbeigezogen! Hab das gesehen! Oh fuck alter! Du hast mich getroffen! Du Horst! Mich jedenfalls! Ja ja! Halle! Es ist ja gerade gleich nicht! Die beiden von uns... Die haben Probleme mit uns klauen! Hinten links auf den Reifen gezielt und in den Kopf getroffen! Er hat geschossen! Nein! Mach das bitte mal angeschossen! Du meinst den angeschossen! Merkt ihr das? Okay! Also nicht angeschossen! Muss ich mal merken! Ja der wird aggressiv! Der schießt auf mich! Okay! Ja du hast ja auch auf mich geschossen! Ja so! Wer mag das nicht wenn man auf ihn schießt! Wer mag auf mich schießen? Ihr habt doch auf mich geschossen! Wenn dich befreundet würde ich dich komplett erschießen! Ah hier steht ein Quart! Hier steht ein Quart! Ich hab ein Quart! Kann ich nachvollziehen! Dann muss ich jetzt mir noch eine neue Weste besorgen! Ah! Habe ich die Echte getroffen? Habe ich die Echte getroffen? Ja klar! Ich hatte vorher von da! Korrekt! Lass abhauen! Das ist mein Auto! Und hauen ab! Lass mal geradeaus fahren! Geradeaus! Alles klar! Achtung Gegner! Achtung! Achtung! Ich hab den Tauner schossen! Warum auf dem Hügel waren es aber ne? Welchen? Wo waren wir denn? Ich weiß über den gefahren sind! Ja okay! Nein! Ich bräuchte mal ein bisschen Munition! Ja was brauchen wir? Von was? Fünfer! Hab ich nicht! Hab ich auch nicht! Hat gerade jemand aufgenommen? Nein! Ne ich hab Siebener! Doch! Ne! Wie viele Schuss hast denn? Vier Schuss! Das reicht! Einfach oder reifahren? Ich hab Siebener! Ich hab Neuner! Und das war's! Oder Shotgun Muni da noch! Hättest du damit nicht aufs Auto geschossen, hättest du das Problem nicht! Wärst du mit dem Auto nicht abgehauen, hätte ich nicht auf dich geschossen! Würde nicht so weit vorhalten! Du bist abgehauen! Ja! Nächstes Mal ein bisschen tiefer oder was? Also jetzt nicht so... Immer auf dem Hügel oder wie? Ja! Der ist hier locker oben einer! Hast du Fünfer, Muni? Ja ich? Ja! Wer bist du denn? Hab ich! Spinderte! Ja hab ich! Na 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 na! Auf jeden Fall! Ja siehste bitte! Ich geb den Dreischuss! Zu Spaß dir! Ihr wisst schon, dass ich drei Kills mache! Oh Gott! Weißt du wo das hingeht? Aber am Weg für uns! Okay, mindestens ein Kill! Also... 80 Schuss raus! Aber sowas von schnell! Kann nicht geben! Geht das nicht? Jungs, beeilt euch mal! Ihr wisst gar nicht wo es hingeht! Zack! Hab ich! Dann hast du grad die Türste! Oh ne! Ah, das ist schon gut! Danke dir! Von rechts kamen Schüssel aus Südösten! Südösten! Schüsselrolle! Aus Südösten! Hat dir jemand was Größeres gesagt? Rotpunkt? Ja! Nope! Bassen? Blaupunkt! Ach, das tausche! Ey! Ich bin wieder bei den FSK18-Videos! Ich tausche mit Rotpunkt! Scheiße! Wieso in deiner Hose? Hast du schon wieder in die Windeln gemacht? Oder wie? Was meint ihr denn generell? Werden wir Erster? Wir werden... Äh... So chaotisch, wie wir jetzt grad vorgehen... Ähm... Vielleicht wartet ihr erst auf uns! Nö! Dafür gibt's keine Zeit! Keine Zeit! Hat es nicht! Weil mit Dank dem Teamplayer habe ich ja überhaupt erst Helft verloren! Ja, ich bin nachtragend! Ja! Sinistro, ey! Kann mal einer aufschreiben? Sinistro! Ja! Strich! Im nächsten Video einfach muten! Das ist ne Memme! Ja! Ja, Markus! Guck dir das an, wo's hinführt! Wohin denn? Ja, über die Brücke dahin! Was war's? Ach du Scheiße, Alter! Dann sterben wir! Ey! Ey! Die Zone kommt und die hat nichts zu fressen! Ja auch! Das ist einfach langsam! Boah! Das sieht wieder aus, als wenn ich sterbe, oder? Ich hab nen Energy Drink! Mir ist das wurscht! Ja! Jo! Weil Red Bull auch, da fährt ein Auto! Ja! 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 Ich hab kein... Da steht auch nen Name drüber! Ich kann das nicht lesen ohne Brille! DJ, bei mir Auto auf 12 Uhr! Geh mal hart links! Ah! Ich seh's! Ich seh's! Ich seh's! Ich seh's! Ich seh's! Halle, siehst du den? Ja! An der Kreuzung steht ein Auto! Da steht nen Name drüber! Ja! Die Clown des Autos! Siehste? Da vorn? Ja! Ja! Da ist noch einer! Da steht auch nen Name drüber! Nummer eins von denen oder fahr' ich mal! Der eine ist... Okay! Der andere ist blau! Ja! Komm, wirst du nicht mehr weit! Ich hab glaub ich nix zur Heilung! Ja, komm! Ja! Die hauen ab! Gib Gas! Vollgas! Soll ich schießen? Die hauen ab! Soll ich schießen? Wenn's freund ist... Das hier ist ne Auto! Woll ich dir echt mal Hilfe? Weil ich sterbe gleich! Ah! Da snipert einen auf mich! Nooooy! Ich fahr' woanders hin! Hauptsache weg von denen! Ich werde das nicht überlegen alle! Jaaa! Ich kann nicht! Ich hab' keinen Held mehr! Warte! Wow 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 wow! Alter ihr wisst gar nicht wie derbs hier abgeht bei mir! Nee nee! Ich bin gleich da! Ich hab' nichts! Ohhhh! Ich wird sterben! Ich wird sterben! Ich hab' ne K90! So jetzt aber! Aber die schießen ganz beschissen, die Idioten! Ach! Ach! Da kann ich auch nicht hin! Da kloppt die sich auch! Oh! Gibt's hier nicht irgendwo noch ne Ecke wo ich hinfahren kann? Kaffee! Ich bin aufgestillt! Ich bin aufgestillt! Ich bin aufgestillt! Bist du aufgestillt? Ja! Steigst du aus! Steigst du aus! Warum helft mir denn nicht? Ja ich weiß nicht! Ich hab' nen Energy Drink! Das hat nicht gereicht! Markus ist irgendwie komisch heute! Also Sinister! So was soll ich denn machen? Auch aus Steigerisch? Ich könnte mich ja verhätscheln! In dem blauen Bereich ist man sicher! Kleines Bussi aufm Popo! Soll ich zurückfahren? Nein! Nein! Stopp! Aua! Verbiss dich! Jetzt sind auch schon verreckt! Dürte! Ich hab' doch nen Schalldämpfer! Oh Mann! Ja! Hahaha! Deswegen hat er so leise gesprochen und ihn hat keiner gehört! Nein! Schalldämpfer! Nein! Hey! Du fährst irgendwie komisch und sehr langsam! Vielleicht solltest du mich nächstes Mal fahren lassen! Ich weiß ganz genau, dass da einer ist, aber ich brauch irgendwas! Ich hab' das Minikit-Kid-Kid-Kid! Ach ja! Ne 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 ne! Ich bin doch am Leben! Ich hab' das Minikit-Kid-Kid-Kid-Kid-Kid-Kid-Kid-Kid-Kid-Kid-Kid-Kid-Kid-Kid-Kid-Kid-Kid-Kid-Kid-Kid-Kid-Kid-Kid-Kid-Kid-Kid-Kid-Kid-Kid-Kid-Kid-Kid-Kid-Kid-Kid-Kid-Kid-Kid-Kid-Kid-Kid-Kid-Kid-Kid-Kid-Kid-Kid-Kid-Kid-Kid-Kid-Kid-Kid-Kid-Kid-Kid-Kid-Kid-Kid-Kid-Kid-Kid-Kid-Kid-Kid-Kid-Kid-Kid-Kid-Kid-Kid-K sein gesicht liegt im boden drin ja ich könnte das jetzt glanzig clean shot mach mal aber wir sind immerhin mit reggae musik gestorben ja das ist ja auch mal was dj lebt ja deswegen mache ich mal aus eben vor Freude mit scheißegal oder vielleicht halte ich erst mal ich habe mir so mehr in der hatte ich mal ein Elbo voll ach so klar vorher und ich setze ich neben die Tür aber Prozent sehr wichtig ist blöd hier das gar nicht mich hinlegen oder hinmache und sie dich wohl ja vielleicht nichts daran dass da so viele Fenster drin sind in so einem Ton leicht liegt an der Tür als DJ würdest es nur schlimmer machen können wenn du dich in ein verdammtes glashaus gesetzt der ist ja auch in die 2. Etage gehen da sind welche drin das ist ja der Scheißdreck wie du stirbst du brauchst die Zone du schaffst das 3 2 1 du hast überlebt ach BÄM 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 ist doch keiner oh gut DJ da ist aber auch nichts zum Fressen vielleicht solltest du einfach weiterlaufen bevor die Gegner einmal näher kommen ich habe das irgendwo mal gelesen so ein PUBG Guide ja 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 dass man sich nicht so lange aufhalten sollte wenn die Zone kommt du bist ein Forum Leser ja haha sag ich dir ich bin ein Fuchs clever Junge ja haha die sind da unten in dem Haus da wette ich drauf da wette ich auch drauf dass da keiner ist da wette ich auch drauf da bin ich in etwa auf Höhe des Hauses dort oben als wir gestorben sind um wir haben in das Auto er hat dann auch was in unsere Kisten also ich hatte noch zwei Metpacks glaube ich habe noch zwei um um irgendwas gehabt hat es zu mir liegt ich doch ich doch nein hat es zu mir aaaah lag genau am Baum ich sehe gerade und vom Tod hat da hingegangen ist wo wir gestorben sind also es war schon nicht schlecht gut ab Alter ich hätte keine andere Wahl ja ich habe keine andere Wahl das liebe Zuschauer jetzt verabschieden wir uns auch mal auch wiedersehen das ist gut n 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